Hallo liebe Brettspielfreunde und herzlich willkommen bei verspielt. Wir waren bis vor ein paar Tagen noch im Urlaub und sind dann nach Hause gekommen und haben sehr viele Spiele vorgefunden und deswegen wird es in der nächsten Zeit einige Videos mit Unboxings geben, nur als kleine Vorwarnung mal. Wir haben fast nicht bei der Haustür reingekommen, weil sie die Packerl schon gestapelt haben und ja, das ist jetzt eben das Erste und das ist eines, das Sarah schon vor zwei Jahren, also eigentlich ganz am Beginn von unserem Kanal, bei ihrer Vorschau meist erwartete Spiele dabei hatte. Jetzt ist es tatsächlich gekommen und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Welches Spiel sich dahinter wirklich verbirgt? Ja, das wissen Sie ja eh. Sie haben es ja hoffentlich im Titel gelesen. Na, vielleicht nein. Für die, die es nicht gelesen haben, ist es ja auch eine Überraschung. Professionell wie Daniel kann ich das leider nicht öffnen, aber es passt schon so. Oh, welche Überraschung? Es ist natürlich falsch herum. Es ist Cascadia von Randy Flynn. Auf den ersten Blick sieht es schon sehr, sehr nett aus. Ja, schauen wir mal rein. Vorschussorgan hat sie schon bekommen. Mhm. Es soll sehr spannendes und vor allem sehr variables Spiel sein, das sehr viele Möglichkeiten bietet. Ich bin gespannt, welche Qualität diese Marker haben werden. Dann schauen wir mal in die Schachtel hinein. Rulebook ist eh klar. Wie viele Seiten hat das? Nicht so viele. 15. Ja. Da ist schon der Solo-Mode, also hat tatsächlich jetzt nicht so viele 9. Wirkt. Also ist jetzt nicht so viel wie bei sehr vielen anderen Spielen. Wie wir da schon vorgestellt haben. Das ist dann gleich eine Arbeit für mich, die ich sehr gerne absolviere. 4, 5. Das sind die unterschiedlichen Landschaften, schätze ich dann mal. Wie dick ist das Ganze? Also ja, normal würde ich jetzt sagen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als normalerweise. Ja. Und andere Landschaften. Schau, kannst Tannenzapfen zupfen. Toll. Es ist ein Lied, dass die Sarah so gern mag. Dann Tannenzapfen zupfen. Müsst ihr euch einmal anhören. Unbedingt. Not. Gut. Und hier sind dann noch... Hm. Was ist hier da? Das schaut ja nett aus. Schaut richtig edel aus. Sacker. Ein Punkteblock. Das ist einmal geschickt. Hinten und vorne. Ja, das ist doppelseitig. Das sind die ganzen unterschiedlichen... Was hat man? Marker, Jetons. Ja, Token. Token. Unterschiedliche Farbe. Schaut auch... Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde das ganze Spiel wirkt sehr edel. Auch das jetzt wieder so drauf. Es ist... Ja, es ist halt leider nicht ganz. Das müssen wir mal so vielleicht herzeigen. Es schaut ganz gut aus. Es wirkt allerdings leider nicht ganz hundertprozentig scharf, finde ich jetzt. Wenn man sich das so anschaut. Ich glaube... Das macht doch gar nichts. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das könnte... Also diese... Diese Token... Opala. Die es da gibt. Die könnten auch jetzt... Nur in der Kickstarter-exklusiven Version... Als Holz-Token sein. Ich bin mir nicht sicher. Es kann... Ob das in der Retail-Version dann nicht auch... Karton ist. Okay. Und hier sind... Ein paar extra Karten. Ja, das waren glaube ich auch wieder die Kickstarter-exklusiven Karten. So... So... Ähm... Andere Punkte... Wie man zu Punkten kommt. Promo-Cards. Ja. Kickstarter-Promo-Cards. Und das sind dann die regulären... Punkte-Karten. Das heißt... Das sind die Bären. Das ist eigentlich nur gespiegelt, muss man sagen jetzt. Erich. Ja. Schon verschiedene Tiere. Und dann aber immer wieder gespiegelt. Ja. Ja. Die sind ja unterschiedlich. Die sind ja schon unterschiedlich. Nein, ich meine... Die sind ja auch die gleichen. Die sind ja auch gespiegelt. Ja. Ich rede vom unteren Teil. Was halt das Spiel entscheidende ist. Wie man zu Punkten kommt dann während des Spiels. Naja... Je mehr... Je mehr Punkte nehmen jetzt dann, oder? Von der einen Kategorie jetzt. Ja, ich weiß nicht, was sie heißen, aber... Da spielen halt nicht alle mit. Da sind immer unterschiedliche im Spiel. Manchmal so lustige... Ja, das ist halt so Konstellationen, die dann... Konstellationen, die da vorhanden sind auf den Landschaften. Und hier ist das Innenseit. Das ist komisch. Das ist einfach umgeknickt. Okay. Schon mal. Na gut. So, ein riesiges Spiel war es jetzt letzten Endes dann in Wirklichkeit gar nicht. Eigentlich nicht, nein. Ob das Material ist überschaubar? Ich bin schon gespannt. Wie gesagt, hat er eine große Vorschusslorbein bekommen. Soll sehr cool sein. Ich werde mich jetzt gleich an die Arbeit machen und das mal... Auspöppeln. Auspöppeln, ausstanzen. Na gut. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, in der nächsten Zeit gibt es wahrscheinlich ein paar mehr Unboxings. Ich hoffe, ihr schaltet da auch wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.